Hallo Leute, herzlich willkommen zurück, äh, Play, ja, Minecraft. Mh. Ja. Wieso habe ich eine Schallplatte? Wieso habe ich deine Schallplatte? Wieso hast du meine Schallplatte? Willst du die haben? Ja. Danke. Ich, äh, nein, das ist nicht das, was ich tun wollte. Ich wollte etwas anderes tun. Du bist nicht der Arsch, oder? Ja, äh, ich habe Akku gezogen und Freddy hat getötet und so und dann habe ich auch ein bisschen... Da sage ich, habe ich das Akku gezogen, ich habe auch getankt, ich habe auch damage-heater und ich habe auch gehealt. Priester plus drei. Freddy, da hinten ist einfach Victor Creeper im Wasser. Ja, der planscht ein bisschen. Wollen wir uns Creeper einfangen? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Randomly found an Apple. Passiert. So. Also du suchst jetzt irgendwelche wichtigen Items und gehst auf die Reise und ich werde hier, äh, das Haus fertig bauen. Genau, also ich, äh, baue jetzt erst mal Rohstoff und sowas und du, äh, rapest dabei unser Haus. Ja, und ich baue halt Bäumehack. Ja, das mache ich auch gerade noch ein bisschen. So, nun bauen wir eine Mine. Let's Mine einbauen. Ne, warte. Einbauen, hey, I see what I hit it there. Ja, ja, das tut's so. Eigentlich brauche ich dafür eine Schaufel. Eigentlich brauche ich dafür eine Schaufel. Wofür? Ja. So, eigentlich darf ich dafür eine Schaufel. Nein, eine Schaufel. Ja, oh, das ist wieder. Freddy, dieser Block irritiert mich. Was ist das? Hm? Komm mal her. Was ist das? Das ist einfach nur ein einzelner Wasserblock. So, darf ich... Oh, gönn dir. Na. Ah. Oh mein Gott. Sie sieht so behindert aus. Just up in the ground. I see. Kuh, kannst du die Fresse halten, bitte. Fick dich. Guck dir sein, guck sie an, 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 guck sie an. Rom. Rape, Rape, Rape im Boden. Noob KS, äh, äh. Report Kill ist, die O-M-G, um die Noob, Noob Report. Fuck You, noob, I fuck you am сказал. Genau das. So, sie schafft nicht den Boden, älsten. Ja, gut, mit den Kurs noch schafft. Welch level bist du? Äh, null. Pullmar Agro. Kann grad nicht, muss grad bauen Mine. Ich geh derweil für, äh, nein, ich geh keine Kühe töten Ich brate mir ein paar das Fleisch, dann muss ich nicht den ganzen Kühe töten Okay Ähm, ich hab ein Fleisch Ja Wo zur Hölle bist du? Ich bin schon in der Mine Mir fällt grad ein, hehehe, hehehe, lol Ich hab gar keine Fakkeln Ich hab Fakkeln Kannst du mir welche geben? Ja Danke, wär echt nett und so Was? Hab ich in Holzkohle gemacht Oh Äh, sechs Stück, sechs bräuchte ich noch selber Okay, danke So, erst mal hier schön, ähm, Mine und hoffentlich bald irgendwie eine Cave finden und so Hast du vielleicht den Eimer? Den könnte ich gebrauchen Äh, ja klar, habt ihr einen Moment, äh, erst mal hier so das Zeug einsamen Einmal, 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 wo, so, hier Schon hübschi Hübschi, ja, ich weiß Schnauze Ich werd dich so verprügeln Ich werd dich so verprügeln Ich meinte zwar den Eimer, aber okay Hä? Ich meinte zwar den Eimer, aber okay Ich werd dich trotzdem verprügeln, hab grad Lust drauf, wow Okay, wow Ich glaub, das ist ne Cave Du bist ne Cave Ja Ich weiß, hast du was dagegen? Ja Ja Ja, dann Ich füll mal ein bisschen Wasserstand hier auf Okay Ich hab mich jetzt grad umgedreht, weil ich Angst hatte, dass du, äh, mit Wasserstand auffüllen meine, äh, äh, meine Mine, meine Mine meintest Nein, da war ich was anderes Aber deine Mine wäre vielleicht auch noch ein bisschen auffüllen Ja, ist schon ein bisschen wenig Wasser hier, ich weiß schon Lass mal hier so ein bisschen abbauen, so Und ja, Leute, ich bin immer so destruktive, ne, wenn ich Online-Rollenspiel um Kirschi Ja Ja Hier und ja, Michael, das ist ein Online-Rollenspiel Ja Du bist so eine Scheiß Ich mein, es ist ein Adventure-Game Ja Das Level Ich mein, es gibt Charakter-Klassen, Kirschi ist Tank Ich bin Damage-Tieler und Tieler gleichzeitig Das heißt, ich bin ein Überlebenden Lied Priester Woher er ist Dings gibt keine Klassen Ja, weil es ist ein Online-Rollenspiel Ja, es gibt immer die Nähe Klasse, es ist immer da, er passt es schon Das gibt keine imaginären Klasse, ich hab' es einfach nur so gesagt Ja, richtig Ja Ja Meine Nase ist zu Deine Nase ist zu Die Nase, ja, die Nase ist zu, die hat abgesperrt Ja? Ja Willst du drüber reden? Ne, legt er mir Also irgendwie schaff ich das mit dem Wasserstand nicht, so wie ich es mir vorgestellt hab' Ich glaub' wenn man den ganzen Rand da vollmacht, dann sollte es ja eigentlich gehen, aber irgendwie schaff ich das nicht Weißt du, du solltest das mit Let's Playen, weil dann könnten die Leute gleichzeitig bei uns beiden den Fortschritt sehen Wenn du bei dir was du so wasserstandmäßig machst und so und bei mir... Ja, aber da ich sowieso nicht hochladen kann, beziehungsweise, ja, ich kann's nicht Ich mein' Wieso nicht? Weil ich, wenn dann für ein Projekt Zeit hab' und das, wenn mir dann ein Sack wird richtiger Aber das wollte ich schon immer an das Playen Okay, sehe ich ein Also hier scheint keine Cave zu sein Also gehen wir wieder weiter Weiter so weit nach unten und so Ich werde nicht mit Leder die Scheiße hier abbauen, nein Ah, es ist so ekelhaft, wenn meine Nase zu ist M-m-m Okay, sehe ich ein Ich will endlich zu ner Cave Rally, mach mal, dass gleich ne Cave kommt Okay Ich will, äh, da Sachen finden Oh, ich hab Eisen gefunden Shotgun Gunshot Aua Propaganda-Style Propaganda-Style Äh, ich dachte, der wird sich das sagen Als ich bin nach Verhungern, ich muss... tut mir leid tun, du musst sterben Das soll dir nicht leid tun, das ist ein Huhn Hühner haben auch Gefühle und Krebs Ja, sie haben Krebs, sie sind Krebs, sie repräsentieren Krebs Ich dachte, das bin ich Oh ja, stimmt Krebs, das bin ich Ja Ich könnte, oh mein Gott, Alter, ich bin nach Verhungern Spiel wie auf Easy, ach ne, man kann ja nur auf Hard verrecken, also... Oh, man kann durch Hunger nicht verrecken? Nein, das geht nur auf dem, also nur wenn man auf Hard spielt Ich glaube, ich werde auf Hard stellen Oh oh Nein, nicht noch Panda macht auch um Krebs Panda macht auch Krebs Panda ist tot Panda ist tot Pan... Das wäre das erste Mal, wenn ich alles wäre Panda ist tot Panda hat Krebs Ich gebe ich hier willst Okay Er ist statt Ky insane ich bin tot das war nicht witzig ich töte mich dafür seit wann bist du im Haus ich muss gut ich muss kurz ein bisschen Eisenbraten um ich bin gleich schon fertig ja ich gebe dir das mal im Moment hier in einem anderen in einem anderen ich habe ich davon Mikrofon gespuckt auf der Einbauer Mikroboner ne warte es kommt Self-Ownage stimmt ich wollte mir gerade eine Schraube bauen oh ich habe Rohholz du hast Holz Rohholze es wird gerade Nacht das passiert auch hin und wieder habe ich gehört ne nur mittwochs ich habe nicht mal eine Eisenspitzhacke äh Steinspitzhacke weil ich gar keine brauche ja das passiert auch mal ich habe übrigens auch er ist jetzt drei falls es wissen wolltet es so wo willst du was das ne ja auch er hat okay dann tut es mir leid mehr schlitten wenn man muss alle Fischi so weiter Alkoholiker heile Fischi hat man es wird machen nachher gewollt sich zweist prostituieren die hat das auch ich versuchte nur wie so wie es gehen krebs zu verursachen ja es ich habe bereits krebs dann wird Pickel Krebs neben Propaganda krebs Propaganda aus der Propaganda sein rate das Eisen schneller ich bring dich um halte ich für ein Gericht ja sich ein sich ein sich ein sich ein runterholen wenn andere Leute nachts in ihren Häusern sind schnell ich draußen und von sowas übernacht mal schlafen gehen ja ich verrate noch kurz so und jetzt kräfte ich noch kurz Kräfte 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 messen l das das braucht man vielleicht auch mal und während ich nachts schlafen gehe spiele ich man braucht dem Handy weiter Tja, huah lol Ja, das wäre ein Minecraftception oder so Ja Ah, sind wir schon wieder Tag? Ja So, jetzt wird weiter an der Jetzt wird weiter an der Höhle gebaut Jetzt wird weiter der Oh mein Gott, da ist ein Creeper Jetzt wird weiter, da ist, oh mein Gott, da ist ein Creeper, okay Du solltest vielleicht in deiner Mine die Decke jeweils um einen Block nach hinten verschieben, dann wird man da besser durchlaufen, kann auch Stufenheit damit man Probably auch rein und raus kann später Sollte ich vielleicht tun, ja Das ist nun eine Idee, muss ich machen, muss das auf jeden Fall machen Ich fang oben an Propaganda-Style Propaganda-Style, dumm, 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 dumm Hast du was für die Richtung der Creeper als Haft personal? Ne, ne, kannst du gerne machen Agro, ich hab Agro Tank, Tank, hier, 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 schnell, ich brauche Mana, 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 äh, Mana-Rack, los. Ja, hier. Oh, danke. Bitte. Wollen wir Gras anbauen? Ja, auf jeden. Propaganda ist da, ey. Dieses ist da jetzt einfach die Fackel, egal. Müsst du nicht. Ja. Korrekt. Ähm, ja. Ja. Ja, stimmt schon. Ja, hast du recht. Hat aber recht, Patrick. Hab er, ja. Hab er, ja. Hab er, ja. Habo. Habo Hotel, das sollte nochmal wieder let's playen. Auf keinen Fall. Okay, sicher. Schlechtestes Spiel, Ewa. Ja, deswegen ja. Ewa. Schwester, Ewa. Schwesterstes Spiel, Ewa. oder Kurwa. Wie Stefan ihn meinte. Ich muss das eher mehr betonen, beziehungsweise rollen. Kurwa. 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 Won, won. Won, won. Hab Kohle gefunden. Große Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ja. Ist das so sinnvoll? Weißt du, was noch sinnvoll ist? Auf jeden Fall nicht das hier. Und nicht wir. Ja. Propaganda-Style. Halt mal die Fresse, ich weiß, dass da ne Käfe ist. Du, Heimwann. Won, won. Won, won. Ich weiß noch nicht, wo diese scheiß Käfe ist. Nach vorne. Oh, okay. Falsches Ding gekickt. Gekickt. Propaganda-Style. Es geht mir jetzt nicht aus dem Kopf. Ich hab's geschafft. Was? Dass der Teich jetzt, äh, beziehungsweise das, was das hier auch immer darstellen soll, äh, dass es jetzt still ist. Oh, geil. Meine Schaaf ist zerbrochen. Was ist das, was man, äh, äh, Gegenstände reparieren kann? Nein. Ja. Ich auch nicht, aber jetzt geht's. Oh, cool. Ich weiß ja nicht, wo und wie. Aber es geht. Ja. Und man kann, äh, so, wahrscheinlich an irgendeinem, wie nennt man die nochmal, Amboss. Die gibt's irgendwie neue. Stimmt, davon hab ich gehört. Hat der nicht. Kann man auch auf Leute fallen lassen und so. Wirklich? Ja, hab ich schon gesehen. Wieder jemand so eine nette, kleine, süße, knuffige Falle gebaut hat, die einen brutalen... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich ertränke. Genius. So optimal. Dummer Freddy ist tot. Dummer Freddy ist tot? Dummer Freddy tot? Dummer Freddy ist dumm. Ja, ich fragte, ob du auch tot bist. Nein. Oh. Bist du tot? Noch nicht. Wollt's tot sein? Ja, klar. Oh. Ich auch meinet. Ich baue ein bisschen, äh, Sandoz ab. Okay, Sandoz. So, gucken wir mal hier nach ner Cave. Es gibt gar keine Caves, aber sag ich ihm das nicht. Mein Leben ist auch nicht zerstört. So wie in der A-Drawn-Together-Folge. Ähm, und es besteht auch noch die Möglichkeit, dass ich irgendwann tanzen kann. Dass ich irgendwann wieder tanzen kann. Nein, Wolknoll, du kannst auf keinen Fall wieder tanzen. Ich weiß doch, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh, Wolknoll, du wirst nie wieder tanzen können. Ich weiß doch. Clara, ich weiß. Oh, ich feiere diese Serie. Ich auch. Ich habe jetzt alle Staffeln auf dem Rettner. Auf Englisch und Deutsch. Ich hatte die Malerbeutung, dann hatte ich ein Virus, dann hat sie nicht mehr, habe keine, wo sie neu zu kaufen. Ja, ich habe sie noch alle. Und der Film auch. Ja, natürlich. Was denn sonst, Mann? Böse Schaf nicht den Boden essen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu lauer, ich muss auch ein bisschen runder so. Oh mein Gott, die Essen, die ist jetzt so süß. Du bist ein fluschiges Schaf. Ich fress mich. Ich meine, das ist eine Falle, Schaf hat getötet, weil es gefressen hat, als andere finde ich so süß, weil es gefressen hat. Ja, das kann ich verstehen. Das geht mir genauso. Propaganda-Style. Propaganda-Style. Das werden wir wahrscheinlich noch mindestens 200 Mal im RP sagen, weil wir keine Freunde haben. Und kein Leben. Ja. Das war nicht das, was ich tun wollte. Was? Ja. Die Judenausrotter? Ach doch, die schon. Fuck you. Ich werde jetzt richtig viele Hater-Kommentare machen. Warum schießt du mit einem Antisemit, das ist ja voll rassistisch. Wollan. Wollan, Wollan. Wollan. Wollan, Wollan. Wollan, Wollan. Wollan, Wollan. Ich sollte mein Bier weiter trinken, oder ich lasse, ich lasse es. Also solltest du ein Bier weiter trinken, definitiv. Ich weiß doch, ich weiß. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Ich weiß nicht, warum ich es wusste, aber ich wusste es einfach. Propaganda-Style. Ja. Kann gut sein. Ich glaube, ich zeige Kirschi an. Warum? Nur so. Nur Spaß. Ach so, okay, das kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Ich glaube, dieser Part ist schon überzogen. Ich habe Gold gefunden! Ja, ich auch. Ich habe Gold gefunden, Mann! Willst du das nicht schiefen, oder Krebs? Ja, und Achievement wäre schon ganz nett. Und zwar auch noch richtig viel! Zwei. Vier, acht. Acht. Perfekte Sexvergewaltigungen. Und was bringt dir Gold jetzt? Na ja, ich habe Gold. Hast du Kohle? Ey, wir haben Gold, was? Hast du Kohle? Hatte ich, ja. Also, ich habe jetzt nicht mehr so viel. Hast du nur... Ist die noch im Ofen? Nein, ich habe die... Nein, nicht hochgebracht. Ich habe da Sexvergewaltig damit. Okay, dann brenne ich also... ...mit Holz. Ja, ich, äh, muss den Part jetzt langsam mal beenden. Deswegen gehe ich jetzt noch kurz hoch. Okay. Ich gehe jetzt noch mal kurz hoch. Äh, baue diese scheiß Box ab. Äh, oh, ich verhungere. So, jetzt nicht mehr. Jetzt noch weniger. So. Scheiße, hier geht es schon richtig tief runter. War das gerade mal eine Maus? Das ist ein Silber, verstanden. Oh, passiert hin und wieder auch. Frag dich nicht, was hier gerade passiert. Das machst du auch. Ja. Ich, ich habe mich gar nicht fragen getraut. Ich bin einfach nur durchgesprungen. Kannst du vielleicht, äh, äh, Cola in den Ofen packen? Ja, mache ich. Ähm. So. Gold. Gravel. Dirt. Ein bisschen Dirt braucht man ja. Cobblestone. Gravel. Gravel. Cobblestone. 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 Ich baue gleich oder irgendwann später noch einen Raum in deine Mine rein. Okay. Da bauen wir dann Pilze an. Die müssen nämlich in der Dunkelheit wachsen. Ah. Sexy, okay. Apfel brauche ich noch. Leder. Globscheiße. Eisen. Globscheiße brauchen wir fürs Pistons später. So, ich habe keiner mehr im Pistons baut. Da fuck? Was? Okay, nein, ist okay. Äh. Äh, ja. Ich glaube, so langsam macht. Ah, dann kann man ja damit perfekt den, 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 den Kalingula beenden. Du weißt, was das beschissenste ist? Was? Unser Haus ist nach oben. Ahaha. Oh ja, das ist es. Genius, Freddy's, Genius. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das baue. Ah, so. Und was machst du da? Ich mach zu. Ach so. Damit hier nichts reinkommt und so. Ne? Okay, ich glaube, das ist so unwichtig, so nebensächlich. Ach so, hast du noch mehr von den Scheiben? Ja. Die habe ich extra gerade gemacht. Oh. Tut mir leid. Ich nehme mir mal mein Holz wieder so. Das ist nicht kaputt. Nein, das ist kaputt. Nein. Da sollten zwei bleiben, weil. Okay. Äh, okay. Da muss da doch auch noch irgendwas sehen oder so. Muss es da offen sein? Ja. Okay. Okay. Sexy Haus. Oh, da muss sie auch noch offen. Wo? Hier. Ja. Hatte ich schon komplett vergessen. Ich hab' gerade noch genug Scheiben dafür. Perfekt. So, dann legen wir uns hin. Oh. Wie schön, dich da rumbackst. Äh. Jedes Mal. Ja. Ja. Nach dir. Nach dir. Nach dir. Nach dir. Nach dir. Nach dir. Ist da hinbar unten? Nein, nicht da rein. Nein. Geht doch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss. Haut rein. Tschüss.